hallo und herzlich willkommen in diesem video es geht wieder mal um eine reihe die altbewährtes ist schon fast eine tradition es geht um die fragen an einen gynäkologen da ich diese folgen es gibt mittlerweile zwei drei oder vier sogar früher immer blöde fragen an einen gynäkologen genannt habe daraufhin auch so ein bisschen kritik kam sind ja keine blöden fragen was ich verstehen konnte nennen wir das jetzt einfach schlaue fragen ich habe im august 2020 wir schreiben jetzt november 2020 also quasi von einem vierteljahr stimmt euch gefragt stellt mir einfach mal ein paar fragen was ihr so sonst nicht fragt gynäkologen und da kam viele 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 fragen und ich werde jetzt versuchen ja die meistgestellten einfach mal loszuwerden wir gucken mal wie lange das ganze wird ich versuche es kurz zu halten und dann seid ihr um einiges schlauer was ich so gefragt werde und es geht einfach los mit frage nummer eins julie 87 fragt raten sie grundsätzlich eher zu hormonfreier verhütung oder werden hormonen zu unrecht verteufelt sehr sehr gute frage ist natürlich ein riesenthema immer und immer wieder es ist so dass ich und das sage ich ja immer wieder hormonelle verhütung oder allgemein die pille oder hormonspirale etc für ein medikament halte und medikament hat spezielle einsatzgebiete die auch eine daseinsberechtigung haben das heißt wenn jetzt jemand zum beispiel eine ganz starke ausgeprägte adenomyose hat also eine endometriose in der gebärmutter ist zum beispiel so eine hormonspirale vielleicht gar keine schlechte idee wenn jetzt aber ein 14 jähriges mädchen zu mir zum ersten mal in die praxis kommt und sagt ja ich möchte mich mal über verhütung informieren sage ich ja nicht hier ist die pille sondern berate sie und sage erst mal versucht es auf jeden fall erst mal mit kondomen das schützt euch vor geschlechtskrankheiten ist hormonfrei kostengünstig und könnt ihr selbst steuern also ich bin nicht grundsätzlich gegen hormone ich bin auch nicht grundsätzlich für hormone es gibt so individuell wie wir alle sind auch individuelle einsatzgebiete für hormone oder auch gegen hormone so einfach ist die diskussion eigentlich für mich äh 1619 schreibt könntest du mir eine nachricht könntest du dir meine nachricht anschauen geht um meine schwangerschaft ich bekomme ungelogen bei instagram wahnsinnig viele nachrichten und ich versuche sie auch tatsächlich alle zu lesen das problem ist ich schaffe es zeitlich nicht das andere problem ist sollte ich jetzt eine frage beantworten ist es meistens so dass ja dann noch eine frage kommt also wenn ich jetzt also die frage zu dieser schwangerschaft beantworte kommt ja mit sicherheit noch eine nachfrage und so ist das dann irgendwann uferlos und dann kommt noch ein punkt ich darf ja auch nur ganz allgemeine antworten geben das heißt wenn du mich jetzt fragen solltest was für verhütungsmethoden gibt es könnte ich dir antworten die und die und die aber ich könnte jetzt nicht sagen was für dich in frage kommt weil ich bin ja nicht dein zuständiger arzt darf ich schon rechtlich nicht also ähm ja sorry wie stehst du zu igel wer nicht weiß was igel ist es eine individuelle gesundheitsleistung also eine selbstzahlerleistung die nicht jetzt von der krankenkasse übernommen wird weißt du oder ihr entscheidet euch jetzt für was weiß ich brustultraschall obwohl der jetzt nicht nötig wäre das muss man dann selber zahlen und wird dann als igelleistung beziffert oder betitelt was ich davon halte es gibt auf jeden fall sinnvolle igelleistungen die zum teil auch von gynäkologischen gesellschaften empfohlen wird nehmen wir jetzt zum beispiel mal dieser wetter streppe gucken abstrich in der schwangerschaft wird von der dggg also der deutschen gesellschaft für gynäkologie und geburtshilfe empfohlen wird aber nicht in den mutterschaftslinien verankert also auch nicht bezahlt das ist so eine klassische igelleistung die ich schon für auch sinnvoll erachte die aber eben nicht bezahlt wird und so gibt es viele igelleistungen die schon sinn machen und es gibt igelleistungen wo ich sage das braucht man jetzt nicht und das spreche ich auch ganz offen in der praxis zum beispiel an da werde ich zum beispiel auch nur das auflisten was ich für sinnvoll erachte und nicht irgendwie was jetzt gut und teuer ist weil es ist eine medizin viel möglich und man muss aber nicht alles machen wann sollte man beim frauenarzt eine gynäkologische untersuchung machen lassen ich bin 17 jahre alt das liegt im prinzip so ein bisschen an dir und deinem lifestyle und deinem leben also man kann natürlich jederzeit zum frauenarzt gehen ich habe es eben erwähnt auch schon elfjährige zwölf 13 14 jährige kommen manchmal zum frauenarzt nicht jetzt um untersucht zu werden sondern um einfach auch dinge zu besprechen und diese vorsorge untersuchen sind gesetzlich verankert ab dem zwanzigsten lebensjahr hast du darauf anspruch wenn aber vorher irgendwas ist dann würde ich raten kommt halt vorher ich sage auch immer es ist immer blöd dann irgendwann mit beschwerden zum gynäkologen zu gehen und den noch nie vorher gesehen zu haben oder auch den untersuchungsraum noch nie vorher gesehen zu haben also empfiehlt es sich eigentlich da einmal vorher hallo zu sagen es ist ja auch nicht so dass man beim ersten besuch nehmen wir mal an mal ist noch jungfrau direkt untersucht wird sondern das wird ja erstmal ein gespräch geführt wird alles gezeigt und dann wird auch erklärt was ist mit den untersuchungen so auf sich hat es werden die instrumente gezeigt etc also es ist nicht so dass beim ersten termin beim gynäkologen auch direkt untersucht wird jedenfalls nicht bei mir sollte man folsäure nehmen wenn man schwanger werden möchte oder ist das nur vermarktung nicht sollte man auf jeden fall nehmen also da gibt es unabhängig von vermarktung zig zig studien die quasi belegen dass man folsäure nehmen sollte schon vor der umsetzung des kinderwunsches damit quasi die speicher gefüllt sind denn folsäure mangel bzw keine folsäure supplementierung kann wirklich schwere fehlbildung beim kind verursachen nein das ist kein mythos das ist keine vermarktung das stimmt tatsächlich ob man schon vorbereitungen treffen kann sollte wenn der kinderwunsch in circa einem halben jahr ansteht hatten wir gerade nahrungsergänzungs mittel oder aber auch ganz normal über die normale ernährung folsäure ist ein bisschen schwierig aber der rest geht auf jeden fall so kann man schon machen impfungen zum beispiel gucken und impf pass einfach mal ob alles so durch geimpft ist lifestyle änderung etc erzähle ich aber auch achtung werbung in meinem kinderwunschkurs der online auf meiner webseite zu sehen ist ganz ausführlich im eigenen kurs darüber was man als vorbereitung schon machen kann um auch die chancen ein bisschen zu optimieren ob in der stillzeit ein eisprung möglich ist bei unregelmäßiger periode prinzipiell ja klar wenn du stillst sind deine hormone ein bisschen durcheinander dein zyklus entsprechend auch aber es ist nicht ausgeschlossen dass du einen eisprung hast und es ist auch nicht ausgeschlossen dass diese eisprung ein spermium findet und die sich verbinden und dass man dann schwanger wird heißt stillen ist jetzt nicht eine verhütungsmethode die super super sicher ist es ist schon unwahrscheinlich schwanger zu werden aber nicht unmöglich also ja du kannst deinen eisprung durchaus haben deine erfahrung wie es wie lange es dauert bis es mit einer schwangerschaft klappt das ist ein klassischer fall von ich weiß jetzt nicht wer du bist wie alt du bist welche vorerkrankungen du hast welches gewicht du hast was du vielleicht an lifestyle hast raus du trinkst du gerne mal alkohol das weiß ich alles nicht deswegen ist es pauschal schwierig aber es gibt auch im internet schöne statistiken wo man so eine altersverteilung sieht wie lange es dauert bis eine 24 jährige gesunde schwanger wird und das sind in der regel glaube ich acht neun monate also auch da längere zeit die man brauchen kann um schwanger zu werden aber pauschal kann ich das hier so nicht beantworten sorry wann muss ich zum arzt wenn ich den positiven test in der hand halte ist mir persönlich egal du kannst sofort kommen dann weise ich nur darauf hin man muss nicht unbedingt jetzt was sehen im ultraschall aber vielleicht sieht man eine aufgebautes schleimhaut vielleicht den gelben körper am eierstock also das ist einfach von dir abhängig beziehungsweise auch von vielen ärzten aber ich mir persönlich ist das egal ihr könnt sofort kommen und wenn ihr vier fünf sechs wochen wartet und dann erst kommt damit ihr schon was seht in der gebärmutterhöhle ob da schon ein fruchtsack ist oder ein herzschlag sogar dann ist das auch okay mir ist das persönlich egal möchte gerne die pille absetzen und hormonfrei verhüten was würden sie empfehlen zum thema pille absetzen habe ich ein ganz eigenes youtube video ist noch nicht lange her ist glaube fünf sechs videos mal runter scrollen hier dann findest du das thema pille absetzen wissen die patienten dass du auf youtube aktiv bist ja manche wissen das und manche wissen das nicht also manche kommen auch nur deswegen oder weil sie mich jetzt kennengelernt haben hier über diese plattform und denken ja der sieht ganz nett aus zu dem könnte ich mir zutrauen zu gehen und dann sitzen die vor mir andere die haben noch nie davon gehört ich spreche das auch nie an also wenn das von der patientin nicht selber kommt ich habe dich bei youtube gesehen dann frage ich jetzt auch nicht nach und kennen sie mich da bin ich ganz offen und wenn mich jemand erkennt oder was weiß ich da deswegen extra kommt und das anspricht freue ich mich natürlich die geleistung in der schwangerschaft was würde ich empfehlen bohr ja das ist ich habe einen ja schon eben angesprochen den ich schon ja ich schwatze das nicht auf aber ich spreche es an dass es schon auch sinnvoll sein kann und dazu gibt es zum beispiel auch einen blog beitrag auf meiner webseite zu diesem betta straptokokken geschichte das ist total individuell aus kommt ein bisschen auch darauf an was für eine schwangerschaft du hast ob ich dann zu einem extra ultraschall jetzt tendieren würde der jetzt nicht von der kasse zum beispiel übernommen wird ist ja auch noch mal ein thema 221 ändert sich auch die gesetzlage dahingehend ein bisschen also wo sprich mich an wenn du patientin bei mir bist das ist echt schwierig pauschal zu beantworten auch zum beispiel ob du wie alt du bist hat diese nippt also nicht invasive pränataltests bluttest bei der mama um zu gucken hat das kind irgendwelche trisomien oder chromosomale störungen das hängt ja auch ganz davon ab bist du jetzt 20 dann würde ich sagen brauchen wir nicht wenn man es 40 ist würde ich sagen könnte schon sinn machen also das ist schwierig pauschal zu beantworten es ist sehr viel schwierig pauschal zu beantworten welche vorsorge sollte 30 jährige frau treffen jährliche krebsvorsorge das wäre so das was ich auf jeden fall mit auf den weg geben würde ist ja auch gesetzlich so abgesichert dass man das auch bezahlt bekommt brust ultraschall auch wieder pauschal schwierig zu sagen hat man risikofaktoren in der familie hat man eine sehr dichte brust hat man da zysten schon mal gehabt an der brust dann würde ich auch sagen gut nimmt man die paar euro in die hand und sagt ich mache jetzt ein brust ultraschall auf eigenleistung also als igelleistung das kann schon auch sinnvoll sein muss man in der schwangerschaft alle vier beziehungsweise alle zwei brauchen zur schwangerschaftsvorsorge ihr müsst prinzipiell erst mal gar nichts also ihr seid ja eigenständige eigendenkende menschen wenn ihr sagt ich bin schwanger ich möchte überhaupt nicht zur vorsorge dann wäre das nicht empfehlenswert aber ist ja quasi euer bier von daher muss man erst mal gar nichts es ist empfohlen bis zur 28 woche alle vier wochen eine schwangerschaftsvorsorge zu machen das kann unter umständen bei dem gynäkologen oder deiner gynäkologin sein das kann aber auch zum beispiel teilweise bei der hebamme laufen außer jetzt diese ultraschalluntersuchungen und ab der 28 woche ist es alle zwei wochen laut mutterschaftsrichtlinien so empfohlen aber du musst im prinzip gar nichts das gilt für das ganze leben wir müssen alle sterben das als philosophie hinweis noch mal stimmt es dass die pille die fruchtbarkeit beeinträchtigt ja sie ist ein verhütungsmittel oder wie ist die frage gemeint also wenn man die pille nimmt ist die fruchtbarkeit beeinträchtigt weil ist ja die pille ist ja zum verhüten da vielleicht habe ich auch jetzt einen gedanken gang der nicht ganz stimmt aber geht es euch auch so die frage macht nicht so viel sinn oder oder auf lange sicht gemeint wenn man jetzt die pille nimmt also die pille verhindert ja also kommt auf die pille wieder drauf an pauschal antwort sagen wir mal die ganz normale kombinierte pille mit östrogen und gestagen verhindert ja den eisprung das heißt diese eizellen bleiben ja im eierstock zurück was aber die fruchtbarkeit nachweislich jetzt erstmal nicht positiv und auch nicht negativ beeinträchtigt ob ein schilddrüsenwert von 1 0 beim kinderwunsch wirklich so wichtig ist der schilddrüsen wird also dieser tsh wert da wird natürlich immer viel drum herum gehüpft wenn es jetzt um thema kinderwunsch geht auch hier kann ich auf meinen achtung werbung kinderwunsch kurs verweisen das ist einfach ein riesen thema auch schilddrüse oder hormone allgemein bei kinderwunsch deswegen gibt es eine eigene kurs reihe auf meiner website es ist schon nicht unwesentlich diese schilddrüse hat einen mega effekt auf den weiblichen zyklus und natürlich auch deswegen auch die kinderwunsch geschichten aber es muss nicht auch immer der wert von 1 0 sein also man wird auch schwanger mit 2 5 zum beispiel nur wenn es nicht klappt will man natürlich versuchen jedes stellschräublein was irgendwie möglich ist zu optimieren gibt es mittlerweile neue infostudien zur schwangerschaft und corona wow guck mal im august war schon thema jetzt vor ein paar tagen habe ich erst einen neuen post bei instagram gemacht über das neue update schwangerschaft corona ich muss ja nur gerade mal gucken ob mein mikrofon überhaupt an ist und ja da gibt es neuigkeiten aber jetzt nichts super neues also es ist alles noch ein bisschen in den stern ja mein papa ruft mich an schöne grüße kann gerade nicht ich rufe gleich zurück wie erkenne ich wie erkenne ich ob eine menstruationstasse gut ist oder nicht es gibt so viele ja es gibt tatsächlich viele und man muss ein bisschen rausfinden welche für einen gemacht ist für welche anatomie auch da gibt es eine schöne webseite deren namen ich natürlich jetzt aus werberechtlichen gründen nicht nennen darf aber wenn ihr googelt menstruationstasse finden dann findet ihr die webseite wo man zum fragenkatalog durchklicken kann und dann findet man so fünf sechs modelle die passen könnten und dann muss man tatsächlich so blöd es klingt manchmal auch probieren meine frau hat glaube ich fünf sechs tassen hier zu hause rumfliegen bis dann mal eine richtig gut funktionierte ist manchmal ein bisschen hickhack aber auch zu diesem thema habe ich ein video gemacht das ist heißt weiß ich nicht mehr hygiener periodenhygiene irgendwie so was ihr werdet das finden würdest du deinen geburtsverwarnungskurs empfehlen sagen wir mal so ich würde ja kein geburtsverwarnungskurs als online kurs anbieten wenn ich ihn nicht selbst gut finden würde würde ich das ganze ja nicht machen nein ich würde ihn empfehlen gerade in diesen zeiten wo viele präsenz kurse quasi abgesagt werden finde ich dass eine sinnvolle alternative es geht einfach darum sich wissen anzueignen eignen und dieses wissen einfach so sehr beruhigt und auch die sorgen nimmt und auch die ängste nimmt und eine sorgenfreie angstfreie geburt ist eine viel entspanntere geburt also das ist die erfahrung die ich gemacht habe und die mir jetzt auch immer wieder zugetragen wird wo sich viele bedanken einfach ja ich würde meinen online kurs achtung werbung empfehlen überraschung welche verhütungs methode für die frau findest du am besten also das ist wirklich eine frage die wahnsinnig oft kommt und ich kann sie euch ja so nicht beantworten ich kenne dich ja nicht also es ist echt total schwierig ich würde euch wenn ihr vor mir sitzt dann kann ich relativ schnell sagen wenn ich euch dann kenne welche verhütungs methode so ausgeschlossen werden kann und dann nähert man sich so an die verhütungs methoden die sinn machen das kann eine hormonspirale sein das kann eine kupferspirale sein das kann eine pille sein das kann nfp sein das kann das stäbchen sein das kann kondom sein das kann eine sterilisation des mannes sein also ich kenne ja nicht habt ihr jetzt schon 18 kinder zu hause und hattet ihr da überall komplikationen da würde ich natürlich sagen leute jetzt neue schwangerschaft wäre natürlich sehr riskant würde ich vielleicht sagen der mann wenn das jetzt abgeschlossen ist könnte ja eine sterilisation durchführen lassen also auch dahingehend berät man natürlich auch wenn ihr jetzt also nicht 17 seid schlimm akne habt oder was auch immer dann könnte man sagen gut es gibt natürlich eine möglichkeit dass irgendwie in den griff zu bekommen ist aber hormonell hier und da also das ist ja so individuell dieses gespräch wie wir alle sind es gibt keine pauschale antwort für das beste verhütungsmittel der welt ob es sein kann dass man um den eisprung rum unten etwas mehr riecht vor allem nach geschlechtsverkehr also im prinzip auch das ist schwierig zu beantworten ist ein unangenehmer geruch aus und fischiger geruch kein guter kein gutes zeichen auch nach dem sex nicht also da sollte man tatsächlich mal das ganze abklären lassen wenn man sich natürlich jetzt sagen wir mal vier fünf tage nicht gewaschen hat dann riecht es ja automatisch das ist ja natur der dinge aber das weiß ich jetzt ja auch nicht also wenn es unangenehm riecht ich würde einfach im zweifel meine gynäkologin meinen gynäkologen aufsuchen und das checken lassen wie kann man einen knoten in der brust von den milchdrüsen unterscheiden bzw erkennen ja auch dazu habe ich ja auf instagram und auch auf meinem blog ausführlich berichtet wie man die brust auch selbst abtastet und was das ganze zu bedeuten hat wenn was zu tasten ist im prinzip ist das nicht so dass ein angehender gynäkologer als student irgendwann eine brust geht und professionell super gut abtastet weil das muss ja geübt werden und so kann man sich ja selbst auch an seine eigene brust gewöhnen und rantasten im wahrsten sinne achtung wortwitz und gucken okay den knuppel den kenne ich jetzt ist der in drei vier wochen nach meinem nächsten zyklus noch da sehr größer geworden kleiner geworden tut der weh und all das wenn man das tastet kann man natürlich auch mit der frauenärztin zusammen oder mit dem frauenarzt abklären was das ist also ich kann euch jetzt nicht sagen ob eine feste verhärtung an der stelle was schlimmes ist oder nicht es kann einfach komplette milchdrüsen knötchen sein die einfach hormonell auch so schwankungen unterliegen kann aber auch sein dass eine kleine zyste ist etc darf empfiehlt es sich einfach das häufig zu machen immer zum selben zeitpunkt zu machen dass man gefühl für die eigene brust bekommt thema plötzlicher kindstod ist das ist wirklich das risiko im familienbett geringer als wenn sie alleine im zimmer schlafen zum plötzlichen kindstod also erstmal muss ich diese frage beantworten mit nee es ist eigentlich im prinzip andersrum dass vor allem in den ersten lebensjahr das familienbett mit weicher matratze kissen vielleicht decke gefährlicher ist für den plötzlichen kindstod als jetzt das beistellbett deswegen ist es auch als präventive eine präventive maßnahme empfohlen dass nicht das familie also nicht das co sleeping gemacht wird im ersten lebensjahr aber zu dem ganzen thema plötzlicher kindstod habe ich in einem wochenbett kurs der bald online geht ich hoffe vielleicht noch dieses jahr ein eigenes kapitel zu quasi wo ich das umschreibe was da passiert was man was man vorbeugend machen kann und das ist ein punkt den man tatsächlich vorbeugend machen kann das beistellbett anstatt das familienbett wir sind große familienbett liebhaber aber haben früher natürlich auch aufs beistellbett zurückgegriffen nimmt man als arzt schicksale von patientinnen auch mit nach hause auf jeden fall also da gibt es immer mal wieder ja verzeihung gibt es immer mal wieder fälle wo man noch zu knabbern dran hat das wäre ja auch ein job dann für den man nicht gemacht wäre wenn man das komplett distanzlos und emotional kalt alles hinnimmt es gilt natürlich das zu verarbeiten aufzuarbeiten und dann auch irgendwann in seinem hirn abzuspeichern nicht zu vergessen aber einfach abzuspeichern und das wird man aber teilweise nie vergessen also habe ich jetzt schon in meiner jungen karriere viel erlebt auch in der klinik natürlich wieder lebt wo ich immer mal dran denken muss aber es ist natürlich so dass man auch sehr sehr viel mitkriegt und deswegen auch besonders positive und auch negative schicksalsschläge vereinzelt vorkommt die man dann auch mit nach hause nimmt also es ist nicht nur negativ sondern sehr auch positiv wenn man sagt okay da habe ich jetzt was entdeckt dadurch konnte dem kind geholfen werden oder der frau geholfen werden und das sind ja auch positive aspekte so ich glaube wir nähern uns jetzt dem ende ich finde es gut es ist jetzt diesmal wirklich nicht so unter der gürtellinie wie sonst und ich werde nicht komische sachen gefragt wo ich rot werde gut ich muss zum friseur dann haben wir es ich hoffe es war aufschlussreich für euch für mich macht das immer viel mehr spaß als ein trockenes thema runter zu leiern aber es ist natürlich auch jetzt nicht der ganz große informationsgehalt aber mir macht es immer sehr spaß deswegen machen wir immer mal wieder schreibt gerne mal hier unter die kommentare was euch zu interessieren würde dann kann ich diese fragen auch mal aufgreifen ansonsten schaut bei instagram vorbei schaut bei meiner website vorbei schreibt mir kommentiert abonniert ja spread it to the world dass wir vielen leuten helfen können aufklärungsarbeit und erklärungsarbeit ist wichtiges tool heutzutage im internet ich wünsche euch einen schönen ein 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 Vielen Dank.